Herzlich willkommen zum 4D Asset Oszillator. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet und Sie haben exzellente Anlageentscheidungen getroffen. In diesem Video geht es um den 4D Asset Oszillator. Das ist eine Anlagestrategie, eine sessionale Anlagestrategie, in die über 2000 Seiten wissenschaftliche Arbeiten von namhaften Universitäten, die ich gelesen habe, mit einfließen. Erfahrungen mit Sessionalität seit 2010, seit 2011 sogar als Fondadvisor, der einen Fonds berät, das habe ich jetzt seit 2011 gemacht, einen Fondsmanager beraten, wie er die Sessionalität umsetzt, wie man das genau macht. Also Erfahrungen im Investmentbereich seit 1996, Forschung seit 1996. Ich habe eine Masterthesis über die Sessionalität geschrieben. Können Sie bei Google Book oder bei Apple Book kaufen. Die heißt Handelsstrategien in ineffizienten Märkten von Thomas Hupp. Oder auch das Buch Sieben Gründe, saisonal zu investieren. Können Sie auch bei Apple oder bei Google kaufen. Hier fließt ganz, ganz viel Wissen und Erfahrungen, die ich im Bereich Sessionalität am Aktienmarkt, meinem Spezialgebiet, gesammelt habe. Und das fließt alles in die Anlagestrategie 4D Asset Oszillator mit rein, in die Sie investieren können. Achtung, Disclaimer, das ist natürlich keine Anlageberatung. Sie müssen selbst entscheiden, ob Sie dieses Risiko eingehen wollen, können oder tragen können. Wenn Sie das Risiko nicht selber abschätzen können, empfehle ich Ihnen, gehen Sie zu einem Anlageberater oder einem Vermögensverwalter. Der kann das ganz gut. Wenn Sie der Meinung sind, Sie können das Risiko tragen, dieses Video richtet sich an Investoren, die schon investiert sind oder die dazukommen. Der 4D Asset Oszillator, einer der wenigen Zertifikate, die Sessionalität vor allem auf so hohem Niveau umsetzen. Und jetzt springen wir ohne Intro direkt auf die Homepage. Ja, hier sehen Sie auch nochmal ein Video zu sieben Gründen, saisonal zu investieren. Das ist ganz kurz gehalten. Da kommen nur so die Highlights, warum es sinnvoll ist, saisonal zu investieren. Investieren im Rhythmus der Natur, habe ich das genannt, weil die Natur hat ihren Rhythmus, aber auch die Börse und das Wirtschaftsleben hat einen Rhythmus. Nämlich, es gibt in April, da kommen die Quartalsbilanzen raus und da gibt es neue Investoren, die die lesen und sagen, oh ja, ich investiere. Oder wenn die Prognosen schlecht sind, ich verkaufe. Also es gibt so Schlüsselmonate, das ganze Wirtschaftsleben, das ganze Börsenleben hat feste Termine im Kalender. Da gibt es ein Video dazu, ich gehe nicht im Einzelnen rein, aber diese Sessionalität wird aus diesen Kalenderereignissen geschaffen. So, dass wir immer wieder, egal wie wir forschen, finden, dass von November bis Juli die Rendite deutlich höher ist und dass die Monate August, September, Oktober unglaublich gefährlich sind. Also holen Sie sich das Buch, lesen Sie es oder verfolgen das Video weiter, damit Sie wissen, warum es sinnvoll, Sessional anzulegen. Gucken wir uns mal an, wie ist der Prozess? Also wie funktioniert der Fonds? Ist es ja nicht, wie funktioniert die Anlagestrategie der 4D-Asset-Oszillator? Und da muss man sagen, der heißt ja 4D, weil es vier Dimensionen sind. Und auch wenn das hier so nacheinander abgebildet ist, diese vier Dimensionen finden gleichzeitig statt. Deswegen Dimensionen. Es sind nicht vier Schritte, die nacheinander oder nebeneinander stattfinden, sondern alles findet gleichzeitig statt. Wir haben die erste Dimension, die Sektorenallokation. Ganz, ganz wichtig. Der Professor Jakobsen hat ja die saisonale Rendite bis ins Jahr 1678 oder sowas zurückverfolgt. An britischen Aktien kann man das machen und festgestellt, dass an sämtlichen Aktienmärkten, aber besonders in den zyklischen Branchen, die Rendite am Aktienmarkt sessional ist. Das heißt, bei zyklischen Branchen ist die Rendite von November bis Sommer deutlich höher als in den Rechtsformmonaten. Und auch der Rückschritt, also die gefährlichen Monate, sind deutlich gefährlicher als bei den defensiven Aktien. Deswegen ist der erste Schritt, die Branchenallokation findet über zyklische Aktien statt. Hauptsächlich zyklische Aktien. Der zweite Punkt, hier wird auch viel Erfahrung und Erforschung reinkommen. Die zweite Dimension ist, sind die Renditefaktoren Value, Growth, Momentum und Marktkapitalisierung. Das heißt, es werden eher die kleinen Aktiengesellschaften herausgesucht, denn die großen haben sie ja in der Regel. Sie haben meistens so ein ETF, da sind die großen drin, oder ein Fonds, da sind die großen drin. Also die ganz großen Aktiengesellschaften haben sie in der Regel schon. Auch einen Grund, warum ich eher die kleinen raussuche. Aber auch, weil der Faktor Größe, also die kleinen Aktiengesellschaften, sind zyklischer. Also deren Rendite ist deutlich stärker von November bis Juli oder von November bis Mai als in den restlichen Monaten. Und die stürzen auch stärker ab. Das heißt, die sind besonders gut geeignet für eine sessionale Anlagestrategie und für sie natürlich eine super Kombination mit anderen Anlagestrategien oder Depots, wo sie eher die großen haben. Aber auch der Faktor Value, also wie gut sind die bewertet, ist die Aktie günstig oder teuer. Die Value-Aktien sind sehr sessional. Growth-Titel, also Wachstumstitel, die ein enormes Wachstum haben, Gewinnwachstum, auch die haben eine starke Sessionalität und werden hier berücksichtigt in dieser Dimension. Aber auch Momentum-Aktien, die einfach super gestiegen sind, auch die sind stark sessional und die werden berücksichtigt bei der Auswahl von Aktien. Die dritte Dimension und die wichtigste, finde ich zumindest, ist natürlich, dass die Aktiengesellschaften, sage ich mal, dunkelgrün sind. Ich will Unternehmen, die zukunftsfähig sind, die wichtig sind für die Menschheit. Also gerade erneuerbare Energien, Solar, Windkraft, Wasserstoff. Batterieentwicklung ist im Moment noch ganz, ganz wichtig als Übergang weg zu Verbrennungen. Dann natürlich auch Mobilität, Elektromobilität oder auch Fahrräder und sowas, was wir immer mehr brauchen. Also ganz, ganz viele dieser Themen, die fokussiert sind auf Klimawandel, auf Zukunftsfähigkeit, auf Nachhaltigkeit, die finden hier statt. Und das gleiche ich ab. Ich schaue, welche Fondsmanager sprechen mich ab mit anderen Research-Häusern, damit hier gewährleistet ist, dass es Qualitätsaktien sind, gute Aktien sind, aber auch sehr grüne, dunkelgrüne Aktien sind. Und die vierte Dimension, und das ist das, was den Fonds besonders ausmacht, die Saisonalität. Wie wird die umgesetzt? Die wird flexibel umgesetzt, weil jedes Jahr ist ein bisschen anders. Mal haben wir mehr Saisonalität, mal weniger. Das heißt, zwischen September und Halloween wird mit technischer Analyse, Fundamentalanalyse, also auch 4D-Analyse geguckt. Könnte hier schon ein Tiefpunkt sein, steigt man jetzt schon in Aktien ein oder geht man, sage ich mal, kurz vor Schluss, also kurz vor Dezember, der Dezember ist immer ein super Monat, mit wenigen Ausnahmen, steigt man Mitte November spätestens in den Aktienmarkt ein. Und beim Verkauf genauso, also ab Mai wird geguckt, Mai, Juni, Juli, ist der Markt schon heiß gelaufen, geht man lieber raus, auch mit dieser Analyse, oder lässt man es laufen, aber spätestens Mitte Juli wird dann verkauft, die Aktien, und es wird entweder abgesichert, aber meistens wird komplett verkauft und es werden Anleihen gekauft und vielleicht das eine oder andere Beimischung, ein Derivat, wie ich dann mit fallenden Märkten auch gewinnen kann, aber das ist meistens nur eine ganz kleine Beimischung, aber nicht unbedingt. Kann auch sein, dass mehr Unternehmensanleihen sind, wenn der Markt gerade eher am Steigen ist. Also das ist die zeitliche Komponente, also das Risikomanagement findet über die Zeit statt. Und das ist so besonders, wenn Sie das beimischen zu anderen Strategien, Buy and Hold, Kapitalpreismodell, typischer Vermögensverwalter, dann können Sie Ihr Depot glätten, weil die Rendite eben ganz, ganz anders stattfindet. Sessional eben. Und Sie können sich sassionale Rendite reinholen. Das ist der Prozess. Und jetzt schauen wir uns mal an, was kommt dabei raus. Hier haben wir das Portfolio. Das Portfolio ist immer aktuell und das Portfolio, das gerade aktuell ist, finden Sie oben. Und im Moment, wenn wir in der Anleihenphase sind, also Mai, Juni, Juli oder eben Juli bis Oktober, dann finden Sie hier die Anleihen. Sie sehen hier, es sind Pfandbriefe, Staatsanleihen, Staatsanleihen, gemischte Anleihen. Also das ist auch die eine oder andere Unternehmensanleihe mal mit drin, Kurzläufe. Und Sie sehen hier auch kleine Positionen, die auf fallende Kurse setzen. Aber Sie sehen, das ist wirklich nur ganz, ganz gering gewichtet, weil ich jetzt hier davon ausgegangen bin, dass die Aktienmärkte bis Herbst fallen und dass die Volatilität zunimmt. Das heißt, die Positionen werden dann entsprechend eben Rendite bringen. Genau, das ist hier die Zusammensetzung in der Anleihenphase, also in der Risk-Off-Phase zwischen der Aktienphase und der Leerphase, um einfach in der Zwischenzeit, also zwischen Sommer zu Herbst, auch ein bisschen Rendite zu bekommen. Wenn Sie sich für die Papiere interessieren, brauchen Sie nur hier vorne auf die E-SIN drücken und dann werden Sie umgeleitet und kommen dann zu OnVista. Wenn Ihnen OnVista nicht gefällt, dann können Sie hier einfach die E-SIN einfach kopieren oder die Wertpapier-Kennnummer und dann in Ihr Programm reinziehen, wenn Sie hier mehr Informationen wollen. Sie sehen hier, sehr, sehr günstig 0,1 Prozent laufende Kosten. Das ist sehr, sehr gering. Ich halte das Wertpapier seit hier. Das heißt, das hat einen kleinen Plus gemacht. Hier können Sie auch genau gucken, wo ist der Anlageschwerpunkt, was ist da alles drin, was sind da für Wertpapiere drin. Sie sehen Pfandbriefe. Also das sind praktisch Anleihen, die rückgesichert sind mit Immobilien, kann man sagen. Die haben halt eine erhöhte Sicherheit. So können Sie gucken. Genau. Wenn das Aktienportfolio aktuell ist, also ab Herbst rutscht es nach oben, dann haben wir hier das Aktienportfolio und hier sehen Sie das Geplante, das im Herbst stattfindet. Oder es ist eben oben, dann sehen Sie genau, in welche Aktien investiert wird. Und Sie sehen ja schon die Branchen. Wir haben fast 9 Prozent Windkraft. Wir haben Wald. Also wirklich in Wald investiert. Wald ist wahnsinnig wichtig. Ja, also für unser Klima ist es wichtig, aber auch als Rohstoff ist es wichtig. Vor allem muss der Wald bewirtschaftet werden. Und ja, wir brauchen den einfach für eine frische, gute Luft. Brauche ich Ihnen nichts sagen. Technologie, die aber auch irgendwas mit einer positiven Entwicklung in der Zukunft zu tun haben. Solar, meines Erachtens, das Wichtigste an erneuerbaren Energien. Denn von der Sonne kommt sowieso wahnsinnig viel Wärme. Und wenn wir da ein bisschen was wegnehmen, Strom umwandeln können, wir müssen es nur noch irgendwie speichern können, damit wir auch noch was haben, wenn die Sonne nicht scheint, wenn die Probleme gelöst sind. Solar, das würde unglaublich helfen, wenn Solar ausgebaut wird. Und das wird auch stattfinden. Deswegen finden Sie mehr Solarenergie, nachhaltiger Bau, also Baustoffe, Werkstoffe, die eben nachhaltig arbeiten. Nachhaltige Rohstoffe, zum Beispiel wie CO2, neutrales Lithium ist hier drin. Dann haben wir nachhaltige Mobilität. Das ist von Fahrradfahren bis Elektromobilität alles dabei. Auch das ist ein Bereich, glaube ich, da ist viel Zukunft drin. Kreislaufwirtschaft wird immer wichtiger werden. Die Rohstoffe nehmen ab. Das heißt, wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft. Die Industriewerte, halbleiter ganz wichtig natürlich für die ganze Digitalisierung und erneuerbaren auch. Erneuerbare Energien, Bio-Lebensmittel, auch ganz wichtig für Böden, für Umwelt. So, das finden Sie ja alles. Können Sie hier angucken im Einzelnen. Und Sie können auch jeden einzelnen Titel angucken. Und auch hier wieder, wenn Sie auf die I sind drücken, hier, dann finden Sie bei OnVista schon mal Informationen. Sie können sich den Kurs angucken. Ja, verschiedene Zeiten. Sie können sich die Kennzahlen angucken. Zum Unternehmen was raussuchen. Alles, was Sie wollen. Haben hier schon mal Fakten. Hier zum Unternehmen können Sie lesen, was Sie machen. Also, die machen jetzt zum Beispiel dieses Lithium CO2 frei. Also, mit Geothermie sozusagen stellen Sie das Lithium CO2 frei her. Und wenn Ihnen das nicht reicht, die Informationen, die Sie bei OnVista bekommen, können Sie auch hier draufklicken. Dann kommen Sie direkt auf die Webseite des Unternehmens. Und so können Sie sich wirklich durchgucken, wenn Sie wissen wollen, hier, das sind jetzt die mit dem CO2 frei. Können Sie wirklich bei jedem Unternehmen, können sich genau informieren, in was sind Sie investiert. Dieses Zertifikat ist übrigens besichert. Ein Zertifikat ist ja eine Anleihe. Das heißt, Sie haben ein Emittentenrisiko. Die Bank ist hier lang und schwarz, die das emittiert hat. Das Emittentenrisiko wird minimiert, indem Ihr Geld tatsächlich zum Treuhänder fließt, der diese Aktien kauft. Das heißt, in diese Aktien sind Sie dann investiert in der Aktienphase. Das ist wichtig zu wissen. Das heißt, Zertifikat hat mehr Risiko als zum Beispiel ein Fonds, aber es wird klein gehalten, indem tatsächlich diese Anlagen stattfinden hinten dran. Genau, hier können Sie sich genauestens informieren, wenn Sie das wollen und haben hier einen Überblick, in was man investiert ist. Und Sie sehen, hier kann man wirklich mit gutem Gewissen investieren in 4D Asset Oszillator. Hier haben Sie einen Research-Bereich. Da haben Sie alle meine Videos. Ich mache einmal die Woche, manchmal zweimal die Woche ein Video zum Aktienmarkt, zur Saisonalität. Das können Sie sich hier angucken, dann sind Sie gut informiert. Oder eben Infoservice. Hier habe ich einen Blog. Das heißt, da schreibe ich immer wieder mal Informationen zum 4D Asset Oszillator. Zum Beispiel hier jetzt zum Eintritt an der Börse Stuttgart handelbar, der 4D Asset Oszillator mit der Easing hier. Und auch gleich einen Chart dazu, warum Saisonal anlegen Sinn ergibt. Es gibt zum Beispiel den DAX, den kennen Sie ja, Performance Index, die 40 größten Aktiengesellschaften in Deutschland, an der Frankfurter Börse. Es gibt aber auch einen Index, der die gefährlichen Monate ausblendet. Das ist der DAX Seasonal. Leider gibt es kein ETF dazu. Da müssen Sie doch tatsächlich den 4D Asset Oszillator kaufen, wenn Sie den haben wollen, die Saisonalität. Aber hier sieht man einfach schon mal, aha, wenn man die gefährlichen Monate ausblendet, dann hat man doch auf fünf Jahre hier 16% Rendite mehr gehabt. Das sind um die 3% Sessionale Rendite pro Jahr. Und die holen sich mit dem 4D Asset Oszillator ins Depot. Natürlich auch hier ein Disclaimer. Die Vergangenheit ist vorbei. Wir wissen nicht, ob sie wiederkommt. Das ist nur ein Anhaltspunkt, wie das ausschauen könnte in der Zukunft. Die Saisonalität kommt immer wieder an den Aktienmarkt. Aber es wird sicher nicht so ein Verlauf sein. Es wird ein anderer sein. Das ist ganz klar. Wie können Sie investieren? Auf jeder Depotbank, egal welches Depot Sie haben, können Sie über die Stuttgarter Börse mit dieser ISIN hier investieren in das Zertifikat. Wenn Sie noch kein Depot haben, empfehle ich Ihnen Smart Broker. Ich habe dort mein Depot. Das ist super einfach, schnell zu lernen. Das günstigste Depot, das es gibt. Und wenn Sie über diesen Link hier anklicken, kriegen Sie auch noch 30 Euro Gutschein. Ich auch. Also insofern profitieren wir beide. Wenn Sie schon ein Depot haben, können Sie das nehmen. Kopieren Sie hier die ISIN und können investieren. Wenn Sie hier drauf drücken, kommen Sie dann auch wieder bei Unvista raus und sehen dieses Zertifikat auf dem 4D Asset Oszillator. So sieht es aus. So können Sie investieren. Hier haben wir noch Empfehlungen, Referenzen, alles Mögliche. Aber das soll es mal sein. Also das ist der 4D Asset Oszillator. Wenn Sie saisonal investieren wollen, statt es selber zu machen, kann man natürlich auch. Sie können auch selber sich qualifizieren zur Erstellung eines Zertifikats. Aber wenn Sie es nicht selber machen wollen, wollen aber saisonale Rendite, dann ist der 4D Asset Oszillator genau das Richtige für Sie. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen gute, gute Anlageentscheidungen. Bis bald, Ihr Thomas Hupp.